Ihr kennt wahrscheinlich schon den Satz von Bayes, aber den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit noch nicht, oder? Um den soll es in diesem kurzen Video gehen. Viel Spaß dabei! Wenn ihr den Satz von Bayes und den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit kennt, dann habt ihr so ziemlich alle Tools, um Aufgaben mit zweistufigen Zufallsexperimenten zu lösen. Der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit ist eine Formel, mit der man die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, z.B. a, b, a' oder b' bestimmen kann. Die Formel sieht so aus. Das geht natürlich ganz analog mit dem Ereignis b. Wir schauen uns als erstes einmal an, wie man überhaupt auf diese Formel kommt. Hier ein Baumdiagramm, wie ihr es kennt. Die Formel ist eigentlich nichts anderes als die zweite Pfadregel. Die sagt ja, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, z.B. die Wahrscheinlichkeit von b, ist gleich der Summe aller Pfade, auf denen das Ereignis vorkommt. Die Wahrscheinlichkeit für b ist also p von a und b plus p von a' und b. Oh, das ist jetzt ja genau die Aussage des Satzes. Nice. Und was ist mit dem anderen Teil der Formel? Ganz einfach. Wie kommt man denn auf p von a und b? Man rechnet p von a mal p von b unter der Bedingung a. Genau das gleiche bei p von a' und b. Da rechnet man p von a' mal p von b unter der Bedingung a'. So einfach ist das. Damit genug zur Herleitung, wir rechnen mal ein Beispiel. 20% aller Menschen rauchen. Zu 5% ist man Raucher und kann gut singen. Zu 25% ist man kein Raucher und kann gut singen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gut singen kann? Was brauchen wir hier wohl? Genau, den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Hier einfach nur umdenken und anstatt a und b Raucher und singen nehmen. Dann sieht der Satz so aus. p von singen ist gleich p von singen und Raucher plus p von singen und Nichtraucher. Also 0,05 plus 0,25. Die Wahrscheinlichkeit, dass man gut singen kann, liegt also bei 30%. Ja, das Beispiel war nicht so schwer. Das stimmt. Schwierigere Beispiele, die rechnen wir in unserem Beispielvideo mit euch. Nehmt aus diesem Video hier folgendes mit. Den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit benutzt ihr in der Schule im Zusammenhang von zweistufigen Zufallsexperimenten. Mit ihm könnt ihr die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses a oder b bestimmen, beziehungsweise a Strich oder b Strich natürlich auch. Dazu braucht ihr einfach nur diese Formel hier. Wenn ihr mal nicht drauf kommt, könnt ihr die auch ganz einfach an einem Baumdiagramm selbst herleiten. So viel erstmal von uns. Schaut auch gerne in unserem Beispielvideo vorbei. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo und einen Besuch auf unserer Website da. Bis zum nächsten Mal.